So, hatten wir hier hinten links in der Ecke eigentlich noch was? Mal eben gucken. Ja, da sind auch noch welche. Oh, hier ist noch Fleisch, das ist sehr gut. Dann sind wenigstens unsere drei Schilde schon mal aufgefüllt. Ich würde ihm jetzt gleich echt sehr, sehr, sehr ein Miraculix herbei wünschen. Da komme ich immer noch nicht hoch, ne? Ich hoffe, dass ich da irgendwie... Ja, da ist immer noch dieser tolle... Ah, hier. Das Schalter hat ja gar nicht gesehen. Das ging ja auch vorher gar nicht. Stimmt, da war ja diese Schutzvorrichtung da drauf hervor. Okay, komm. Machen wir das blöde Katapult weg. Ja, das ist, ich brauche keine Kombo. Danke. Okay. So, da hinten sind auch Wildschweine. Moment, bevor ich das hier alles einsammle, das sind hier irgendwo Multiplikatoren. Aktuell nicht, ne? Komischerweise mal wieder. Ich mache mal die da hinten kaputt. Ah, da sind auch noch wieder Sachen drin. Oh, das ist eine Menge. Ja, da möchte ich schon gerne hin und das öffnen. Na gut, dann gehe ich gleich erstmal das da hinten platt machen. Ich habe halt die Befürchtung, dass hier ganz, ganz viele Helme drin sind und dass ich da Multiplikatoren gebrauchen könnte. Na gut. Noch mal ein Schild. Alter. Ein Multiplikator. Das Schild, das ich mal da liegen. Ich finde das gerade interessant, dass wir hier so viele Schilde kriegen. Noch ein Schild. Alter, das ist ein Laden. Ja, da ist natürlich ja die neue Kombo. Alter, das sind hier Schilde. Okay. Was kriege ich denn hier? Mal kurz gucken. Aha. Oh. Ja, da hätte ich echt einen Multiplikator gebrauchen können. Gut, nächste. Das war der erste Lorbeerkranz. Okay. Das war ja ein Geschenk. Ach, danke für einen Helm. So. Und der zweite, da muss ich mir auch noch was ausspucken, bitte. Ah, gut, das ist zu spät. Achso, ich kann ja noch rumrennen. Ah, habe ich hier. Naja, das ist zu weit weg alles da hinten. Egal. So, was hast du ankommen? Ich glaube, du hast jetzt noch die 150.000er Kombo und den ganzen Rest brauchen. Ich glaube, du hast nicht mehr viel. Ne. Also, nur noch die 150.000er Kombo. Du kannst jederzeit wieder vorbeikommen. Ciao. Bis jetzt zum nächsten Mal. Okay. Da fehlen mir aber echt noch so viele Helme. Wie soll ich das hinkriegen, ne? Okay, gut. Also, es geht jetzt hier weiter. Wahrscheinlich kommt dann direkt der nächste Riesenkampf. Oh. Okay. Oh Gott. Oh. Oh. Ich habe noch keinen Speicherpunkt gehabt. Ich muss die dicken hier nehmen, um die Kombo zu füllen. Okay. Gut. Schön hier in der Mitte bleiben. Da sind die ganzen goldenen Helme. Okay. 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 Voll die monumentale Musik. Okay. Da brauche ich fünf Lichter. Also, ich glaube, hier in Rom hat man auch eine gute Möglichkeit, noch ordentlich Helme zu farmen. So, wir haben jetzt hier einen Schalter gefunden von fünf. So, wo sind denn die anderen alle? Kommen die noch alle? Wahrscheinlich, ne? Ich weiß es halt nicht. Ah, da sind bestimmt Multiplikatoren drin. Ah, hier ist die zweite. Ne. Was hat der jetzt gemacht? Oh Gott, ich weiß nicht. Der hat dieses Tor geöffnet. Okay. Hier liegt ein Wildschwein. Aber ich habe, glaube ich, volle Energie. Ich habe Angst. Ah, da ist ein Schalter hinter. Gut, da ist ein grüner Schalter. Ja, ist die Frage. Kommen jetzt hier noch Schalter? Hm. Oder waren die schon? Ich will kurz gucken. Waren hier irgendwo Schalter versteckt? Ich komme einfach nachher wieder zurück, ja? Ich hoffe doch, dass das geht. Da hinten sehe ich zum Beispiel noch einen roten Schalter. Okay, oh, das wird doch wieder ein heftiger Kampf. Und ich habe immer noch kein Miraculix. Ich habe Angst, da drauf zu gehen. Das hält nicht ewig. Den muss ich als letztes nehmen. Oh, scheiße. Ich muss den, den da. Okay, das war wichtig. Wo sind sie denn alle? Da. Da. Komm her. Ich muss die hier. Die muss ich boxen. Da, da habe ich da so ein Gelder. Ein Gelder. Na ja, da bist du noch einen. Ja, da kommt er schon. Wenn man raus da. Kriege ich es jetzt nicht. Oh. Okay. Und let's go. Ich höre gerade. Zumindest klang das gerade wie so eine, ähm, wie so ein Pulp von Leuten. Aber ich sehe keinen. So, den letzten macht auch noch platt. Okay. Okay, ich habe was bekommen. Oh. Heilige Scheiße. Ich hätte Multiplikator einsammeln sollen. Ich versuche Multiplikatoren zu finden. Und dann erst Klappen oder so auszuwählen. Aber da brauche ich Obelix. Der öffnet die nächste Tür. Okay. Da ist noch eine Fleischkeule. Der hier ist noch gar nicht aktiviert so wirklich. Ähm. Okay, pass mal auf. Den kann anscheinend nur Obelix aktivieren. Und den kann aber Asterix aktivieren. Ne, die sind wieder rot. Und ich komme nicht mehr zurück. Oh, das ist aber scheiße. Ohne Witz. Ich komme nicht mehr zurück. Ach man. Dann muss ich das Level tatsächlich nochmal machen irgendwann. Nagr. Ich komme nicht mehr zurück. So ein Scheiß. Ja, das nützt dann ja nichts. Dann müssen wir jetzt erst mal weitergehen. Und ich kriege ja auch die... Das verstehe ich nicht. Ich kriege die Stahlkisten ja hier auch nicht kaputt. Hm. Da war ein Schalter. Den habe ich ja gerade betätigt, ne? Oder kann ich das nochmal rückgängig machen? Dass ich dieses... Ne, dieses Tor kriege ich nicht mehr geöffnet. Und das habe ich ja einmal aktiviert. Und das ging dann nicht. Und diesen Schalter kann ich auch nicht aktivieren. Das ist komisch, ne? Und dann muss ich davon weiter oben runter springen. Kann ich da rauf? Ne, das kann ich nicht. Ja, dann komme ich jetzt hier erstmal nicht weiter. Was ich jetzt schade finde. Oder kann ich hier was direkt dran schalten? Ne. Mann. Okay, ja, dann muss ich halt erstmal weiter. Nützt alles nichts. Vielleicht komme ich ja nachher noch wieder zurück. Ich weiß es nicht. Hm. Ich will da mal eins drauf. Hm. Mal schnell da rauf. Bringt nichts, ne? Was bringt denn das? Da ist die Seite jetzt grün und da auch? Verstehe ich doch nicht so gar nicht so. Vielleicht muss ich das da zum Schluss echt machen. Keine Ahnung. Laufen hier nur die Kleinen rum oder auch Große? Dann laufen noch ein paar Tickets zwischendurch rum. Ja. Den brauche ich. Mann, wenn ich die Combo voll kriege, dann reichen die auch. Komm jetzt hierher. Meine Combo ab. So, dahinten ist ein Digger. Da hat auch ein Digger. Das ist gut. Nein, das ist meiner. Ach, scheiße. Obelix, jetzt zu mir lassen müssen. Jetzt kommt hier keiner. Nein. Oh, ne. Das ist doch meiner. Ne? Ja, der wird. War ich doch fast. Kann ich die... Ich würde mal sagen, ich kann die nicht nehmen, wenn ich einen Zaubertrank habe. Okay. Es ist ungesinnt. Oh, ist das krass. Es sind immer noch genug da, oder? Die Musik ist gerade wieder sehr geil. Aber ich habe ja noch Zaubertrank, sehe ich jetzt erst. Ah, fuck. Ah, jetzt zu spät. Oh, ja. Okay. Und... Noch einmal die Combo. So, jetzt bis zum nächsten Mal weiter. Das ist doch der Verein zählt, ne? Verein Zaubertrank. Äh, Verein Römer. Dieser ganze Pulp. Hi. Der ist tot. Wo ist der letzte? Wo steht hier noch einer rum? Ich sehe ihn. Da! Okay. Aber ich komme echt nicht zurück, ne? Das ärgert mich jetzt gerade schon so ein bisschen. Weil ich möchte natürlich zurück, weil da halt noch der eine... Ja, dieses eine Teil da war. Gut. Nützt jetzt nichts. Muss ich dann irgendwann später nochmal machen. Habe ich jetzt trotzdem alle Schalter? Ja, den habe ich gedrückt. Ich habe die beiden Plattformen aktiviert. Den habe ich gerade benutzt, um die Tür zu öffnen. Das heißt, mehr Schalter waren hier aber auch nicht versteckt, ne? Ne. Okay. Dann ab in den nächsten Bereich. Oh, oh, jetzt kommen Löwen. Scheiße. Das wird doof. Ich gucke jetzt mal um. Oh, ich hoffe, dass ich die Komponenten... Ja, habe ich. Okay. Okay. Löwen-Action. Hier sind viele von den, äh... Centurio, ne? Okay. Das ist ja relativ easy. Also, die... Mit den Löwen kriegt man die Kombo richtig gut voll. Das muss ich sagen. Wenn ich jetzt hier noch die richtigen Multiplikatoren hätte, ne? Komm jetzt hier her. Jetzt wird es gerade so schwieriger, ne? Mit den Kombo's. Ich weiß aber nicht, wovon man das anfängt. Vielleicht, wenn man das öfter benutzt hat, dass das dann nicht mehr so stark wirkt. Also, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weil jetzt wird es ja wieder gerade schwieriger, die aufzufüllen. Den Balken. Okay. Scheiße, 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 scheiße. Verrecklich, verrecklich, verrecklich. Ich bin gleich tot. Fuck. Gebt mir doch mal auf Fleisch. Da liegt doch Fleisch. Oh, ihr Asis. Muss ich das Ganze nochmal von vorn machen? Weil ich hatte ja nicht ein Miraculix dazwischendurch. Ne, muss ich nicht. Boah, aber hier bin ich wieder. Boah, da ist es aber schon hart. Aber da hinten, das kann ich nicht nochmal aktivieren, oder? Kann ich es nochmal machen? Wäre jetzt ein bisschen lame. Aber ich probiere es mal. Ich war doch immer noch ein Multiplikator. Schilde brauche ich auf jeden Fall, ja. Auffüllen. Bis zum geht nicht mehr. Kann ich das hier nochmal machen? Das wäre jetzt sehr witzig. Aber ich glaube nicht, dass das da nochmal alles rauskommt. Ne, das müsste alle sein. Ja, ja, da kommt nichts mehr raus. Okay, ähm. Ja. Ich nehme mir trotzdem noch ein paar Helme mit. Vielleicht ist sogar dieses letzte Level ganz gut zum Farmen hinterher. Aber es geht natürlich sehr, sehr schleppend voran. Hm. Ich will nochmal gucken, ob ich hier vielleicht noch irgendwelche Schalter übersehen habe. Weil ich kam ja nicht mehr zu... Und da unten waren doch keine Schalter versteckt, oder? Habe ich die vielleicht nur nicht gesehen? Die stehen ja auch wieder da. Also ich gehe auf keinen Fall wieder da runter. Aber... Oder war hier... Ich gucke nochmal ganz kurz einmal rum. Ob hier irgendwo an irgendeiner Ecke ein Schalter versteckt war. Ne. Ne, 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 ne. Ist nicht. Gut. Ja, dann weiß ich nicht. Also entweder kommt man tatsächlich später nochmal zurück. Aber, guckt mal. Da sind jetzt ein paar mehr grünen, ne. Ja. Fehlt nur noch einer. Das heißt, es hat schon mit dem da was zu bedeuten. Na gut. Der ist ja auch schon aktiviert, ja. Dann würde ich sagen, probieren wir das einfach nochmal gleich. War hier noch was versteckt? Ne, hier ist kein Schalter versteckt. Okay. Dann öffne ich jetzt das Tür... Äh, das Tor... Das Tür, mhm. Das Tor. Und wir versuchen jetzt mal die Schalter zu aktivieren. Das muss ich ja schnell machen. Alle drei. Okay, gehen wir mal einfach im Kreis und machen das. Der geht jetzt nicht. Ähm, wie war das noch? Ich darf das Tor schon öffnen. Achso, okay. Aber ich kriege die jetzt nicht aktiviert, ne. Hätte das nur im Kampf funktioniert, oder was soll das Ganze jetzt? Ich verstehe das nicht. Mann. Ich möchte das noch öffnen. Kann man irgendwie verstehen, ne. Und ich kann hier selbst nicht reingehen, ne. Schilde... Weiß gar nicht. Hatte ich schon sechs, oder hatte ich erst fünf? Weiß ich nicht. Ja, gut. Dann gehen wir einfach rein weiter. Ich hatte schon gedacht, ich müsste die ganzen Kämpfe alle nochmal machen, aber ist nicht so. Trotzdem hätten sie hier irgendwie ein Miraculix einbauen können, ne. Weil das ist ja immer noch Stufe 1, das Ganze hier. Also es muss ja eigentlich ein Miraculix geben. Vielleicht gibt's die kurz vor Cäsar. Bin gespannt. Also ich hab hier anscheinend wirklich alles aktiviert, was geht. Dann gibt's ja noch einen Schalter hier nach, wahrscheinlich. Okay. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Das ist ja schön zum Öffnen, ja. Okay, komm. Gut. Erster Punkt. Ich will ja nicht die Helme haben. Die goldene Helme sind das Wichtigste hier. Ja. Ich finde hier schon wieder gar nicht die Energie. Ich muss vielleicht doch noch zwei Stück einen Römer töten. Weiß ich nicht. Ich krieg aber auch gerade keine Kombo. Ich weiß jetzt nicht... Das ist mir so merkwürdig. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Wenn ich kämpfe die ganze Zeit, dann schlage ich irgendwelche. Und ich krieg jetzt diesen Kombo-Balken nicht aufgefüllt. Womit hängt das zusammen? Dann ist mich wieder tot. Das ist... Komisch. Das ist echt komisch. Das versteh ich nicht so ganz. Manchmal geht's ratzfatz und manchmal gar nicht. So. Äh. Kriegen wir aber nochmal wieder hin. Türe sind... Ach, die sind schon alle auf. Brauch ich gar nicht. Ich brauch einfach nur durchreiten. Moment. Ah, halt. Ich brauch aber Schilde. Aber hier sind hier auch welche dran. Ich glaub, hier waren auch welche versteckt. Müsste ich trotzdem voll kriegen. Hoffe ich. Sonst muss ich gleich nochmal... ...zurück latschen. Aber jetzt bleiben ja auch komischerweise die Türen offen, ne? Hm. Steh ich nicht. Krieg ich jetzt gar keine Schilde mehr? Eins. Ja. Muss ich jetzt doch nochmal extra wieder welche holen? Oder waren hier um die Ecke vielleicht noch welche? War da eins drin? Nee, war nicht. Krieg ich eigentlich die Helme trotzdem jetzt gut geschrieben, auch wenn ich sterbe? Das weiß ich jetzt gar nicht. Hab ich bestimmt schon mal gefragt. Was ist Toby MVP. viewersaccord. du wie absorbkostelt. 사건 ich nämlich Video dazu. Vielen Dank.